hallo und recht herzlich willkommen liebe freunde hier zurück in der honig mit dem brauerei stehen wir mal ob hier und gehen mal zum netten menschen ich glaube das hätte nicht besser laufen können ich muss mir vorher nach rift und zurückkehrt sabions bücher sehen dann will maven also sabions stillen partner finden was ihr könnt euch gerne in sabions büro ein wenig umsehen die meisten seiner papiere hebt er in seinem schreibtisch auf hier das dürfte helfen ich dachte es wäre besser bei unserem vorherigen gespräch ein paar details auszulassen ich wollte nicht riskieren dass sie den auftrag ausschlag außerdem habt ihr melden einen gefallen getan indem ihn beseitigt habt und mir habt ihr geld gespart weil ich nun nicht mehr eigens jemanden dafür anheuern muss ich wandle alles sobald wie möglich in die schwarzdorn brauerei west das war meldens teil der abmachung sie hat mich damit beauftragt den med am fließen zu halten also werde ich genau das tun wenn ihr in der gegenzeit und jemals einen helder braucht lasst es mich wissen ich denke an bei maven ein gutes wort für mich einzulegen klar mein freund schnall hier hoch lupft ihren schwanz meine güte ist das aber ein dicker leib wie soll der denn meinen ofen passen dieser leib ist noch nicht so bereit zum packen meine süße er muss noch erst aufgehen lupft ihren schwanz bloß irgendwie nachhelfen könnte ich das wohl anstellen oh meine türische kleine argonisch meid ihr müsst eure hände benutzen okay nicht jugendfrei ich bin immer noch da weiß ich doch den schulstein schwarzdurren meid was soll's vielleicht brauchen wir später noch holzkohle nein so gut gut super okay ich hab's fast 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 oh gott vielleicht ging was hin so ja yes hoh hoh niggbräu karafe Nimm mal mit. Brauchen wir nicht. Nein, sie ist schon wieder. Gut. Super. Hat noch 53 Stück. Sollte also noch kein Problem sein. Okay, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay, okay, gut. Ja, okay. Yes, yes, yes. Na, super. Nur 6 Gold. Feine Kleidung. Nun gut. Ui, jippe. Komm schon hoch, hoch, hoch. Na gut. So geht es auch. Von da kamen wir doch. Ahem. Ich lass ja schon sein. Ist ja gut. Tschüss. Meine kleine, diebische Elster, du. Das war mystisch. Gut, weiter. Ich glaub, du bleibst auch noch ein bisschen bei mir. Die Insel Solstheim befindet sich im Noor. Okay. Die Schreine in den Tempeln der Stadt. Ha, okay. Ich gebe euch Deckung. Weiß ich doch. Da gibt... Ich hoffe, ihr habt gute Nachrichten für mich. Natürlich. Das sagt mir nicht viel. Das einzige, was Serpions Partner identifizieren könnte, ist dieses seltsame kleine Symbol. Nun, für wen dieses geheimnisvolle Zeichen auch steht. Der Betreffende wird es noch bereuen, dass er sich auf einen Krieg mit mir eingelassen hat. Oh, ja. Diese Information solltet ihr unverzüglich der Diebesgilde überbringen. Kommen wir zur Bezahlung. Ich glaube, dies werdet ihr für eure Dienste für mehr als angemessen halten. Dolch? Aus dem Weg. Beruhigt euch, Vater. Ihr macht eine Szene. Ich werde erst ruhig nach. Lächerlich. Und Dolch. Mann. Ich halte mich da raus. Hier war, glaube ich, der Eingang, ne? Was war? Hilfe! Was ist? Hey, aufpassen! Halt den! Passt mit diesen Flammen auf! Gut. Ich lüge nicht. Ich habe das Heulen der Werwölfe selbst gehört. Meine Gänse sind warm. Ah, ihr habt doch die Schlechtfeierhexen erledigt, nicht wahr? Ja. Dann kann ich euch helfen, ungefähr. Alle platt gemacht. Blüb, blüb, blüb. Blüb, blüb, blüb. Wo ist mein Freund? Da ist er. Man erzählt sich, dass der arme Sabion in Weißlauf im Gefängnis sitzt. Was für ein Pech aber auch. Genau. Nun versteht ihr langsam, wie unser System funktioniert. Oh ja. Laut Maven habt ihr dort noch etwas anderes entdeckt. Ist es für die Gilde von Bedeutung? Dann kann es kein Zufall sein. Er ist Aringoth und nun Sabion. Jemand versucht uns auszuschalten, indem er einen Keil zwischen Maven und die Gilde treibt. Mercer glaubt, diesen neuen Dorn in unserem Auge identifizieren zu können. Er will sich sofort mit euch treffen. Ich an eurer Stelle würde mich beeilen. Ich habe ihn noch nie so wütend gesehen. Erstmal eine Stufe aufsteigen. Was machen wir denn? Magik. Okay. Drei Talente zu verbessern. Ich möchte aber erst nochmal einhändig. Oh Gott. Das ist cool. Und noch einen. Okay. Machen wir es mit denen hier. Kann ich nicht mehr kommen. Kann ich nie? Gut. Das brauchen wir eigentlich so gut wie nie. Also. Ich habe selten zwei Waffen in der Hand. Geht ihr voran. Okay. Damit muss ich mich ein bisschen näher auseinandersetzen. Hätte ich vielleicht nicht von vornherein machen sollen. So. Ah. Da seid ihr ja. Ich habe meine Kontakte zu den Informationen befragt, die ihr aus gut Goldenglanz beschafft habt. Aber mit dem Wohl kann niemand etwas anfangen. Okay. Offenbar versucht unser Gegenspieler uns indirekt aufzureiben, indem er Maiden schwarz da und verhagert. Sehr gerissen. Bewundert ihr sie? Sie verfügen über umfangreiche Mittel und bleiben seit Jahren unerkannt. Ich bin beeindruckt, dass sie es soweit geschafft haben. Verwechselt meine Bewunderung, aber nicht mit Nachlässigkeit. Unser Erzfeind wird teuer bezahlen. Oh ja. Weil sie trotz all ihres Prahlens und Planens einen Fehler gemacht haben. Das Pergament, das ihr besorgt habt, erwähnt einen Gaju-Lai. Laut meinen Quellen ist das ein alter Deckname eines unserer Kontaktmänner. Sein wirklicher Name ist Gullum-Eye, ein schleimiger Dreckskerl. Gullum-Eye ist unser Maulwurf bei der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft in Einsamkeit. Ich wette, dass er beim Verkauf von Gut-Golden-Glanz als Mittelsmann beteiligt war und dass er uns zu unserem Käufer führen kann. Geht da raus, macht ihm Druck und schaut, was ihr herausfinden könnt. Wenn ihr Fragen habt, solltet ihr vor der Abreise noch mit Dreenjolf reden. Gut, den werden wir uns jetzt mal schmatten. Ihr wollt mit mir reden? Nein. Ich kann gar nicht glauben, dass Gullum-Eye in all das verwickelt ist. Dieser Argonia könnte seinen Schwanz nicht mit beiden Händen finden. Versteht mich nicht falsch. Er könnte einem Wettler den letzten Septim abnehmen. Aber der Allerhellste ist er nicht. Er ist eine der stursten Echsen, die ich je getroffen habe. Das wird keine leichte Aufgabe. Lydia. Ihr müsst ihn bestechen. Nur so bekommt ihr seine Aufmerksamkeit. Wenn das nicht funktioniert, folgt ihm und seht, was er macht. Wie ich Gullum-Eye kenne, wächst ihm alles über den Kopf. Das könnt ihr als Druckmittel benutzen. Okay. Gut, dass ihr unsere Methoden verinnerlicht. Es wäre schlecht, einen Kontakt in der ostkaiserlichen Handelsgesellschaft zu verlieren, bevor wir die ganze Geschichte kennen. Bleibt Gullum-Eye einfach auf den Fersen. Dann wird er irgendwann einen Fehler begeben. Gut, das wissen wir ja schon. Gut. Dann geht's nach Einsamkeit jetzt, ne, Lüdi? Ja. Komm ich da hin? Mortal? Ja! Wir können schnell nach Mortal reisen. Juhu! Loading Screen ist zu Ende. Aber wir werden jetzt im nächsten Part weitermachen. Da begeben wir uns dann nach Einsamkeit. Und es wird auch Zeit, dass wir langsam mal allen Drachen wieder erwischen, ne? Gut, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss!